Um Ihr Plissé am Fenster zu befestigen, finden Sie im Lieferumfang die Klemmträger für oben und unten, den passenden Inbusschlüssel, den Bediengriff und einen Inbusschlüssel, um die Schnurspannung nachzustellen. Schieben Sie im ersten Schritt den Bediengriff auf die Halterung an der Bedienschiene des Plissés. Markieren Sie sich dann die Position des Plissés am Fenster. Wenn Sie nun die unteren Klemmträger anbringen, bedenken Sie, dass diese später bündig mit dem Plissé abschließen. Die Spannschuhplättchen auf den unteren Klemmträgern zeigen jeweils zum Rand des Fensters. Bringen Sie die Klemmträger also in Position und fixieren Sie sie mit Hilfe des Inbusschlüssels. Die Klemmträger für die Befestigung der feststehenden Oberschiene werden vor der Montage am Fenster am Plissé befestigt. Mit einer Kippbewegung und leichtem Druck rasten diese an der Plisséschiene ein. Hängen Sie nun das Plissé am Fenster ein und fixieren Sie auch die oberen Klemmträger. Schieben Sie dann die Spannschuhe auf die Spannschuhplättchen auf den unteren Klemmträgern auf. Überstehende Schnurreste können Sie nun abschneiden. Wir hoffen, wir waren Ihnen bei der Montage behilflich und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Plissé.